Freunde des Geblicken Schreibens, hier ist wieder euer Witti aus der Füllerbubble und heute gibt es ein Review zum Rössler Edelsatter Briefpapier-Blog. Mir geht hier nämlich tatsächlich das Tomoeiro-Papier zur Neige, das ich sonst immer zum Briefe schreiben benutze. Und da dachte ich mir, ja, gerade ist es ein bisschen schlecht auch zum Importieren, es ist gerade relativ teuer. Ich schaue mal bei mir vor Ort im Schreibwarenladen, was gibt es denn so an Briefpapier, das ich hier einfach beziehen kann. Da ist die Wahl auf diesem Blog gefallen. Wenn wir ihn aufschlagen, haben wir ein paar Infos mehr. Ja, 100 Gramm pro Quadratmeter, also es ist ein sehr dickes Papier, 40 Blatt, Kostenpunkt ungefähr 7 Euro gezahlt. Ist also durchaus vergleichbar teuer mit dem Tomoeiro-Papier, das so normalerweise zwischen 10 und 12 Euro kostet und dann 100 Blatt hat. Also es ist kein günstiges Papier, ich finde es aber auch okay für ein Briefpapier, so ungefähr 17 Cent pro Blatt, finde ich für so einen Brief, ist in Ordnung. So, dann schauen wir mal. Wie gesagt, 100 Gramm pro Quadratmeter, es ist relativ dick, macht den Brief natürlich auch schwer. Ja, im Vergleich zu dem Tomoeiro-River, das ja doch, wie ich es immer so schön sage, so eher die Bibelseiten, das Bibelseiten-Feeling hat mit 52 Gramm pro Quadratmeter. Da habe ich auch durchaus schon als Feedback bekommen, dass Leute, die nicht so in dieser Füller-Schreibwaren-Welt drin sind, das als ein bisschen, ja, nicht so hochwertig empfinden, weil sie das Gefühl haben, oder weil sie eher erwarten, ein hochwertiges Papier, ein Brief, der ist dann wuchtig, da hat mich dann richtig was in der Hand. Und da, wenn man so eine Seite Tomoeiro-Papier verschickt, da hat man nicht so viel in der Hand, sage ich mal, da ist auch der Brief recht leicht. Das ist hier ganz anders. Ich habe hier ein paar Schreibproben vorgenommen mit einfach ein paar Füllern, die ich gerade so rumliegen habe. Es ist ein glattes Papier, es ist aber bei weitem nicht so glatt wie etwa ein Clairefontaine-Papier, das ja wirklich den Eindruck macht, es ist hochglanzpoliert, wo ich mit manchen Füllern auch Anschreibprobleme habe, das habe ich hier überhaupt nicht. Es hat jetzt aber auch nicht irgendwie eine besondere Textur, wo ich sagen würde, das fällt mir jetzt aber auf, es ist rau oder keine Ahnung. Es ist durchweg angenehm, da drauf zu schreiben. Wenn wir mal hinten drauf schauen, ich reiße mal das Blatt ab. So vom Durchbluten her, minimal hier und da an der einen oder anderen Stelle. Ich sage mal, mit normalen Federn, die nicht besonders nass schreiben, sollte man da eigentlich keine Probleme haben. Ich sehe es hier beim Lamy 2000, der bei mir wirklich extrem nass schreibt. Hier auch tatsächlich ein bisschen bei dem Pelikan M1000, die F-Feder schreibt, aber auch nicht so F-Feder mäßig und relativ nass. Ansonsten aber durchaus kein Problem. Kann man aber im Hinterkopf verhalten, gerade wenn man die Rückseite beschreiben möchte, könnte nicht ganz so schön aussehen. Wenn man eben, hängt natürlich auch von der Tinte ab, aber gerade wenn man etwas nassere Feder hat, ist es nicht unbedingt das optimale Papier. So hier aber sieht man, wenn ich etwas geschrieben habe, einen etwas längeren Absatz mit einer alltagstauglicheren Feder, die nicht besonders nass, nicht besonders trocken ist, habe ich kein Problem. Hier die Trockenzeit habe ich nicht so ganz wissenschaftlich gemacht, sondern so ein bisschen mal geschaut, weil ich weiß, beim Homo Aero Papier ungefähr, Conpecci aus der Feder braucht ungefähr so, weiß nicht, schon 30 Sekunden und länger und hier ist nach 15 Sekunden quasi so gut wie nicht mehr verschmiert. Also, sag mal, nach 20 Sekunden ist die Sache gut, ist also nicht ein besonders verschmierfreudiges Papier. Ich habe auch das Gefühl, es nimmt mehr Tinte auf, was darin resultiert, dass jetzt gerade bei dem, ich finde gerade bei dem, bei dem Conpecci sieht man es gut, dass das Shading, die Schattierung so ein bisschen verschluckt wird davon. Also es wirkt alles ein bisschen matt, das kann natürlich auch daran liegen, dass das so ein cremefarbenes Papier ist, nicht immer ein normales Kopierpapier, dagegen halte, dann seht ihr den Unterschied. Ist durchaus angenehm, also für ein Briefpapier, das ist eine schöne Farbe. Aber ich sage mal, die Tinten, die kommen da nicht so gut zur Geltung wie beim Tomoy River Papier. Und das ist, muss auch nicht der Anspruch an jedes Papier sein. Ich finde, es wäre auch langweilig, wenn jedes Papier die Eigenschaften dieses von mir so geliebten Papiers hätte. Aber man muss es schon wissen, wenn man wirklich Shading und Sheen haben will, dann ist es nicht das richtige Papier. Also ich finde, hier sehen die Tinten dann schon fast ein bisschen langweilig aus. Hier bei dem Rohr und Klinasalix geht es noch von der Schattierung, also die ist durchaus vorhanden. Aber hier gerade ein bisschen nasser geschrieben, sieht man auch hier beim Lamy 2000, als er nass ist. Dann saugt es sich voll und dann verliert die Tinte doch viel von ihrem Charakter, finde ich. Schienen kommt hier auch nicht wirklich zum Vorschein. Und das ist gerade bei Kornpecki, finde ich, diesen Leichenschienen immer auch an den Rändern der Buchstaben. Das ist so was, das macht für mich den ganzen Charakter der Tinte aus. Und der kommt hier wirklich nicht zur Geltung. Trotzdem, für einen Brief ein sehr angenehmes Papier. Es muss ja, wie gesagt, nicht immer die Eigenschaften eines Tomoy River Papiers haben. Es ist definitiv kein Ersatz dafür, das weiß ich jetzt. Also ich muss irgendwie wieder an dieses Papier rankommen. Ich habe ja hier auch noch wenigstens dieses Notizheft, um ein bisschen reinzuschreiben. Aber für Briefe, ich habe noch zwei, drei Blätter oder so, danach nicht mehr, wird es auf jeden Fall wieder bestellt. Ich finde, damit macht man aber auch nichts verkehrt. Ich finde es auch angenehmer zu beschreiben als so ein Clairefontaine Block oder so, weil es wirklich nicht so hochglanzabrutschglatt ist. Aber ja, Tomoy River Papier ist es nicht. Muss es auch nicht sein. Ich finde es ist ein bisschen teuer dafür, dass es dann doch, ja, im Vergleich, den ich doch wieder ranziehen muss, für mich rein persönlich ein bisschen langweilig ist. Also ich habe lieber das Papier, bei dem die Tinte gut zur Geltung kommt, bei dem man viel Shading und viel Sheen sieht, als dann dieses dicke, ein bisschen behäbigere Papier. Ich kann aber durchaus sehen, dass das auch das richtige Briefpapier für jemanden sein kann, der eben genau sowas sucht und der nicht so viel Wert drauf legt, jetzt mit einer nassen Feder hier möglichst viel Tinte und viel Eigenschaften zur Geltung zu bringen. Das ist soweit mein Fazit. Was sind denn eure liebsten Briefpapiere? Worauf schreibt ihr? Was kann man bei euch gut beziehen? Habt ihr da Tipps, Empfehlungen für mich? Das würde mich sehr interessieren. Habt ihr vielleicht auch Erfahrungen mit diesem Papier, mit dem Röstler Papier? Das würde mich auch interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Kommt gerne auch übrigens in den Füller-Bubble-Discord selber. Link dazu wie immer auch in der Videobeschreibung. Sind wir schon mittlerweile, glaube ich, über 300 Leute, tauschen uns da rege über Füller, Papier, Tinten aus. Auch sehr, sehr viele Beiträge von euch aus der Community dort an Reviews, an Eindrücken, an Kaufberatungen. Also es ist ein ganz, ganz hervorragender Ort, der wächst und gedeiht. Und kann ich jedem nur herzlich einladen, da beizutreten, der Interesse an. Und wie gesagt, Füller, Schreibwaren und dieser ganzen verrückten Leidenschaft hat. Macht's gut. Bis zu einem der nächsten Videos. Euer Vitti aus der Füller-Bubble.